Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um die Herpesinfektion in der Schwangerschaft und aber auch in der Stillzeit. Viel Spaß dabei! Ja, die Herpesinfektion. Viele kennen es um den Mundbereich rum. So schmerzhafte kleine Pläschen, äußerst unangenehm. Kosmetisch nicht der Hit. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch schwanger ist oder in der Stillzeit sich befindet, macht es natürlich auch unheimlich viele Sorgen. Denn man hat natürlich Angst, irgendwie sein Kind infizieren zu können. Und was viele natürlich nicht wissen, es gibt auch noch viele andere Herpesvirenarten. Dieser hier in diesem oberen Bereich ist meistens HSV1. Und dieser hier im unteren Bereich ist HSV2. Es gibt also für unterschiedliche Regionen verschiedene Virentypen. Die anderen Herpesviren, die es auch noch gibt, werden wir heute nicht gesondert. Besprechen, sondern uns wirklich konzentrieren auf den oralen und den genitalen Herpes. Viele kennen den Herpes in diesem Bereich, denn die Durchseuchung in unserer Bevölkerung heutzutage ist bei nahezu 100%. Bedeutet, dass fast jeder von uns schon mal Kontakt hatte zu HSV1. Viele haben vielleicht noch eine dunkle Erinnerung an die Kindheit, wo sie eine sogenannte Stomatitis Aptosa hatten. Super schmerzhaft, weil wir dann die Bläschen nicht nur an dem Lippenbereich haben, sondern sogar auch im Mund, an der Zunge, in den Backentaschen haben können. Diese Kinder leiden wirklich Schmerzen, haben oft Fieber, können kaum was zu sich nehmen, weil es einfach so wehtut. Äußerst unschön. Das nennt man dann eine Erstinfektion mit eben sogenannten Herpesviren vom Typ 1. Das Gute an der Geschichte in Anführungszeichen ist, wir haben dieses Virus dann für immer in uns drin. Die gehen nämlich nicht einfach wieder weg, sondern übernachten einfach bei uns. Wir sind quasi das Hotel für diese Viren. Die schlummern nämlich bei uns an den Nervenzellen in diesem Bereich. Und falls wir mal eine stressige Situation haben, uns ekeln, unser Immunsystem runterfährt, Schlafmangel, Alkohol, es gibt viele Triggersubstanzen, die am nächsten Morgen ein böses Erwachen zeigen, denn es bitzelt und brennt an der Lippe und noch einen Tag später sieht man die typischen kleinen Bläschen an dem Lippenbereich. Das ist dann eine sogenannte Reaktivierung, keine Neuinfektion, denn das hatten wir ja schon mutmaßlich als Kind mal gehabt. Blöderweise und ungeschickterweise ist es so, dass man in der Schwangerschaft an sich ein moduliertes Immunsystem hat, was öfter zu einer Reaktivierung führen kann. Eine Schwangere, die vielleicht vorher zehn Jahre überhaupt kein Problem hatte mit einer Herpesinfektion an der Lippe, bekommt auf einmal ein Herpes. Macht sich natürlich berechtigterweise ein bisschen Sorgen, was da denn jetzt los ist und ob das gefährlich ist, komme ich gleich noch zu. Auch in der Stillzeit durch diversen Schlafmangel durch die Kinder ist es auch so, dass man vom Immunsystem und vom Stresspegel öfter mal eine Herpesinfektion bekommt. Und hier fragt man sich natürlich auch, ich habe so ein Neugeborenes, was ich vielleicht auch stille, was mir sehr nahe kommt, ist das gefährlich für mein Kind? Unabhängig davon müssen wir vorher noch kurz besprechen, was es mit dem Genitalherpes auf sich hat. Es ist eine sexuell übertragbare Erkrankung, wo die Durchseuchung nicht so hoch ist wie bei dem oralen Herpes. Aber ja, auch hier kann es zu einer Infektion kommen. Auch hier sind sehr, sehr schmerzhafte Bläschen im Vulva- und auch im Vaginalbereich zu finden, sodass die Frauen kaum noch auf Toilette gehen können und Urin lassen können. So schmerzhaft ist das. Es schwillt alles an, es ist äußerst unangenehm. Und wer sich jetzt denkt, okay, wenn ich das Oral und Genital haben kann, kann denn auch dieser HSV-1, der ja hier oben primär ist, auch da unten landen. Das stimmt. Also durch Oralverkehr zum Beispiel kann man natürlich auch Viren im Mundbereich in den Genitalbereich verschleppen. Auch das ist gar nicht so ungefährlich bei Neugeborenen, worauf ich jetzt zu sprechen komme. Nehmen wir erst mal die Schwangerschaft und du bemerkst in der Schwangerschaft, jetzt kriege ich ein Herpes, ich merke es richtig an der Lippe schon ein bisschen. Dann weißt du aber auch schon, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit sich um eine Reaktivierung handelt. Du hattest wohl schon mal Kontakt mit diesem Virus, hast deswegen natürlich auch entsprechend Antikörper. Deswegen wird dein Immunsystem auch diese Viren früher erkennen, früher bekämpfen und deswegen besteht auch keine Gefahr für dein ungeborenes Kind. Eine Gefahr besteht potenziell, wenn es sich um eine Erstinfektion handelt und du eine sogenannte Viremie hast, ein Ausschütten dieser Viren in das gesamte Blutsystem, was so ähnlich ist wie eine Blutvergiftung mit diesen Viren. Passiert äußerst äußerst selten, außer man hat eine angeborene Immunschwäche oder nimmt Medikamente, die das Immunsystem so stark runterfahren, dass sich diese Viren wirklich über das gesamte System ausbreiten können. Denn das gesamte System beinhaltet dann natürlich auch Plazenta, Nabelschnur, ungeborenes Kind. Und das Kind hat, wenn es sich um eine Erstinfektion handelt, auch noch nicht die Antikörper von der Mama abbekommen, die diese Viren jetzt bekämpfen könnten. Also eine Erstinfektion und auch eine Viremie wären potenzielle Faktoren, die gefährlich wären für das Ungeborene, was aber in heutiger Gesellschaft unglaublich selten vorkommt, weil wir alle schon Kontakt mit HSV 1 hatten. 85% der Ansteckungen der Kinder passieren nämlich bei der Geburt. Und da haben wir ja schon gelernt, das hat meistens was mit HSV 2 zu tun und nicht zu viel mit HSV 1. Und hier ist es auch wichtig, wo befindest du dich in der Schwangerschaft? Wenn du dich nämlich kurz vor Geburt befindest und hast jetzt gerade eine fluoride, auflammende Herpes genitales, so heißt das Ganze im Genitalbereich, Infektion, dann kann es sogar nötig sein, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden soll. Weil diese offenen Bläschen, die beinhalten die aktiven Viren und die sind hoch, hoch ansteckend. Wenn zu diesem Zeitpunkt dein Kind durch den Geburtskanal an diesem Bläschen vorbeirauscht, dann kommen die Viren über die Schleimhäute, Augen, Mund etc. auf das Kind und können eine schwere Infektion verursachen. Es ist äußerst gefährlich für ein Neugeborenes. Da man aber als Schwangeren natürlich mitbekommt, dass jetzt gerade ein sehr ausgeprägter Herpes genitales besteht, würde man natürlich sowieso vorher bei seiner Gynäkologin vorsprechen und sagen, es tut da weh, gucken Sie mal, was das ist. Und dann würde gesagt, oh, das ist eine Herpesinfektion. Entweder wir haben jetzt noch die Zeit bis zur Geburt, das zu behandeln, denn man kann es behandeln, sowohl mit Cremes als auch mit Tabletten, wenn es unbedingt nötig ist oder aber wir stehen so kurz vor Geburt oder es ist schon Geburtsbeginn, dass wir den Schritt gehen müssen zum Kaiserschnitt. Wenn man das für die Schwangerschaft jetzt also zusammenfassen will, dann kann man sagen, in der Schwangerschaft selbst ist der orale Herpes nervig, lästig, aber er ist nur noch kein Grund zur Besorgnis. Auch hier kann man mit lokalen Salben, die es in jeder Apotheke zum Beispiel gibt, behandeln, ohne dass das Kind Schaden nimmt. Sollte es zu einer Viremie kommen, einer schweren Herpesinfektion des gesamten Systems, kann es sogar nötig sein, diese antiviralen Mittel per Tablette zu schlucken. Auch das ist möglich. Genitalherpes, ja, ist gefährlich, aber nur zum Zeitpunkt der Geburt und auch nur, wenn eine frische, fluoride Infektion vorliegt. Wenn sie abgeheilt ist, abgeklungen ist, dann besteht in den meisten Fällen kein Ansteckungsrisiko mehr. Und unterm Strich bleibt stehen, eine Herpesinfektion bei Neugeborenen ist sehr gefährlich, worauf ich gleich nochmal zu sprechen komme. Viele fragen sich natürlich jetzt auch, nach der Geburt kann ich mein Kind dort anstecken? Das passiert auch. Ich habe gesagt, 85% passiert bei der Geburt, 5% passiert tatsächlich nach der Geburt. Auch hier ist eben der orale Herpes wieder ein großer Faktor, denn wir haben schon erzählt, die Bläschen, die enthalten diese aktiven Viren, und die sind gefährlich. Und wenn du jetzt also dein Kind stillst oder auch mal ein Küsschen geben willst, hast du dir aber offene Herpesbläschen, dann kannst du dein Kind anstecken. Und deswegen ist es unbedingt zu raten, da Abstand zu halten und Mundschutz zu tragen, wenn man eine fluoride aktive Herpesinfektion auch im Mundbereich hat, um sein Kind eben nicht anzustecken. Ja, stillen mit Mundschutz ist ein bisschen umständlich, ist blöd, aber ganz ehrlich, diese paar Tage haltet ihr aus, um euer Kind da einfach zu schützen. Diese neugeborenen Kinder haben noch nicht das Immunsystem, was wir Erwachsene haben. Eine Herpesinfektion ist deswegen auch so gefährlich, weil sie relativ schnell zentrale Bereiche im Körper ansteuert. Das wäre das Hirn zum Beispiel. Eine Herpesencephalitis ist für KinderärztInnen ein riesiger Notfall und ganz schwierig zu behandeln. Auch hier kommen eben diese antiviralen Mittel zum Einsatz. Aber auch Haut, Augen, Leber, Lunge, die inneren Organe sind sehr oft von so einer Herpesinfektion im neugeborenen Alter betroffen. Zusammenfassend, um jetzt auch nicht zu viel Panik zu schüren, kann man sagen, also die normale Virusreinfektion durch Herpes ist in der Schwangerschaft erstmal kein Grund zur Panik, kein Grund zur Besorgnis. Man kann es gut behandeln. Der Genitalherpes per se äußerst schmerzhaft, aber auch noch kein Grund zur Panik. Wenn das festgestellt wird, egal ob oral oder genital, immer Rücksprache mit den zuständigen ÄrztInnen halten, damit einfach geklärt werden kann, was kann ich machen, wie gehe ich weiter vor, hat es irgendeine Konsequenz für unsere Geburt oder eben nicht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen mit der Herpesinfektion in Schwangerschaft und aber auch im Wochenbett oder der Stillzeit später. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich durch ein Like und natürlich ein Abo wissen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.